Hi, ich bin dein neuer Zellenkollege. Weswegen sitzt du? Anderen Leuten den Schwanz abbeißen, wenn sie schlafen. Oh, das ist ja voll schräg. Ich auch. Oh, na das ist ja nicht möglich. Licht aus! Und jetzt zum köstlichsten Teil meines Tages. Montag. Hallo, Trip Tank. Hier ist Esther Feltcher. Ich bin 87 Jahre alt, aber ich bin total auf Zack. Oh, wir hören immer gern von unseren älteren Fans. Ich sitze leider im Rollstuhl, aber ich bin 89 Jahre alt und immer noch voller Leben. Oh, das ist großartig. Ich bedauere nur eins mit meinen 94 flott gelebten Jahren. Ich bedauere, dass ich nie LSD genommen habe. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Kannst du ein paar Trips hier ins Pflegeheim rüberbringen und wir schmeißen sie ein? Komm schon, Schätzchen. Lass uns Trips einschmeißen. Auktions-Afterparty. Hey, Sie sind der Auktionator. Sie waren großartig heute Abend. Ich bin Megan. Megan, hi. Kann ich dir einen Drink ausgeben? Ladies and Gentlemen, höre ich einen Drink? Ja, einen für mich höre ich zwei, zwei Drinks. Nicht vergessen, dass für einen guten Zweck höre ich zwei Drinks? Das ist ziemlich cool, danke. Zwei Drinks und verkauft an die Lady, die an meine Ex von den Gwen erinnert. Was für eine Schlampe. Also, gefällt es Ihnen, Auktionator zu sein? Oh, es ist gut. Ziemlich gut, aber nicht gut genug für Gwen. Juckt mich das zwei Scheiß. Nein, einen Scheiß, keinen Scheiß interessiert, dass den Auktionator der mit der Lady schlafen will, die er gerade hier trifft. Wissen Sie, ich wollte auch schon immer Auktionator werden. Oh, meine Güte. Ist das Kontakt? Ja, menschlicher Kontakt. Bin ich auf Viertelmast? Ja, Halbmast? Ja, fühle ich einen Vollmast und volle Erektion für die Lady, die meine nächste Gwen sein könnte. Randy? Randy, bist du das? Oh, scheiße, Gwen. Gwen, hallo, siehst du gut aus. Ja, großartig, ja, umwerfend. Denk ich noch an uns? Nein, denk ich daran, was hätte werden können? Nein, hätten wir ein Kind gehabt? Nein, zwei Zwillinge? Ja, höre ich mich selbst labern. Und definitiv labere ich die Lady voll, mit der ich hätte alt werden können, wenn sie nicht nach acht Jahren Beziehung mit einem anderen Auktionator gepennt hätte. Es ist, äh, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir so? Hallo, Carl. Oh, ja. Carl und ich sind jetzt zusammen. Ist das dein Ernst? Du popst mit Carl, diesem Kotzbrocken, ja, ein echtes Meisterwerk an menschlicher Scheiße, wieso? Er muss gut bestückt sein? Ja, gut bestückt. Mit 15, 17, 35 Zentimeter bestückt sein Pferd. Und nein, zu diesem widerlichen Drecksack, der nicht mal ein Picasso versteigern könnte. Randy, so kannst du nicht mit Gwen reden. Nicht jetzt, nicht morgen, höre ich jemals niemals zu perverser. Du hältst Abstand, nicht 30, nicht 60 Zentimeter, nicht 12 Meter, sehe ich dich innerhalb von 30 Meter, werde ich dich nicht einmal, nein, zweimal, nein, dreimal schlagen und dir dann in die Eier treten. Hör ich das nochmal? Ja, direkt auf die Schnauze und eine Klatsche für den Herrn, dem ich die Fresse polieren werde, wenn er nochmal so mit meiner Frau spricht. Oh, Angeber, guck dich an, du möchtest gern denken Sie daran, meine Damen und Herren. Gwen geht mit Carl wegen seines Riesenteils, kein anderer Grund. Carl ist ein einmaliger Drecksack, solche Drecksäcke gibt es heute nicht mehr. Carl treibt sich mit billigen asiatischen Nutten rum, die er für Sex bezahlt. Das heißt, echt die Erde und falsche Titten. Au, sehe ich einen Stern. Au, zwei Sterne. Au, sehe ich drei Sterne. Und der Adrenalinrausch setzt ein und höre ich einen zerbrochenen Barhocker. Ja, einen Sachschaden. Ja, sehe ich zwei fraue Körperverletzung. Ja, zwei ruinierte Beziehungen. Ach, sind das drei Tage Gefängnis? Ja, und nur drei Tage, weil sie weiß sind. Und ruiniert, dieser Original-Titian wegen einem Zoff um eine Tussi, der womöglich hätte vermieden werden können, wenn wir uns wie Erwachsene benehmen würden. Okay, ich verschwinde. Fühle ich mich wie ein Vollpfosten. Nein, zwei Idioten. Ja, aber vor drei Jahren, weißt du noch, da waren wir beste Freunde. Ja, vier sollten uns vertragen. Ja, fünf. Lassen wir nie wieder was zwischen unsere Freundschaft kommen. Und kleiner Fingerschwul, dass diese besten Freunde wieder zusammen sind. Oh. Hi. Ich suche einen attraktiven Mann, der mir zwei Drinks ausgibt, drei Stunden Sprüche reißt, wer ist ein sexy Auktionator und nimmt mich mit nach Hause. Ja. Also jedenfalls, sie schreit, ich komme, ich komme, als ob mich das interessiert. Dein Respekt, diese Bräute, ich sag's dir. Los, komm, was stehst du noch einfach beschissen da rum? Jetzt hilf mir mal. Was soll ich denn machen? Nimm den Sack. Ich geb dir gleich mal einen Sack. Hey, Pauly, bist du sicher, das ist die richtige Adresse? Was, bin ich etwa ein Arschloch? Tony Cannelloni hat mir gesagt, das ist die beste Reinigung in der Stadt. Soweit ich gehört hab, ist dieser Kerl skrupellos. Er lässt seine schmutzige Wäsche verschwinden, wenn du verstehst, was ich meine. Hallo, Jungs, was kann ich für euch tun? Tony Cannelloni hat uns hierher geschickt. Er hat gesagt, sie, äh, lösen Probleme. Nun, schon möglich. Mal sehen, was sie da haben. Oh mein Gott! Ist es das, was ich denke, was es ist? Hey, was soll ich sagen? Es wurde ein bisschen schmutzig. Ich musste ein paar Beine brechen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh! In was für einer Branche arbeiten Sie denn? Abfallbeseitigung. Sie wissen schon unter anderem. Ich meine, vergessen Sie, was wir tun. Was wir von Ihnen brauchen, ist ein kleiner Frühjahrsputz, hm? Es tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ich denke, Sie wurden vielleicht falsch informiert, was ich hier mache, aber... Hey, spielen Sie hier nicht die Unschuld vom Lande, Sie kleiner Spinner. Oh, nein, 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 das würde ich nie wagen. Hör zu, du kleiner Rattenfurtz. Ein leerer Anzug ist vom Laster gefallen. Jetzt brauchen wir Sie, um ihn sauber zu machen. Kapisch? Ich schlage vor, du kümmerst dich um diese Versuche. Babangulo, manche la Katze, eh? Au, au, großer Gott. Okay, okay, ich tue mein Bestes. Dein Glück. Wir müssen uns noch um ein paar beschissene Auberginen kümmern. Stimmt's, Winnie? Gabagol. Nimm das! Willst du noch mehr? Wie wär's damit? Nimm das, Auberginen! Hey, hey, hey! Oh, der schläft heute Nacht bei den Fischen. Hey, Polly? Oh, Marrone! Das wird absolut beschissenköstlich! Ich hab versucht, es den Jungs klar zu machen, aber sie wollten einfach nicht hören. Oh, sieh, beste Reinigung in der Stadt, Mr. Dave. Oh, danke, Tim. Zeit, sich wieder an die Arbeit zu machen. Moment, bitte. Alles klar, Hippos. Komm zu Papa. Roy, was soll das? Die hab ich von zu Hause mitgebracht. Der alte Roy gräbt nach Gold hier, Mann. Ich muss den mysteriösen Preis finden. Nein, den heb ich mir mal bis zum Schluss auf. Oh. Oh, warte mal. Ich hab da was. Oh, scheiße, es ist ein kleines, versenkbares Hippoklappmesser. Ehrlich? Das ist das Beste. Guck her, guck her. Wer bin ich? Wer bin ich? Oh, ich hasse mein Leben und will sterben. Wie geil. Du bist Greg aus der Buchhaltung. Ich hab noch einen. Guck mich an. Ich verstümmle meine eigenen Genitalien, um Aufmerksamkeit zu erregen. Oh, scheiße, jetzt bist du Tony aus der Buchhaltung. Ich liebe dieses Messermann. Oh, ich bin dran, ich bin dran. Oh, scheiße, nein, du musst es mir erst wegnehmen, Mann. Komm schon, versuch's mir wegnehmen. Gib's her. Na, mach schon. Es ist meins. Alter, wann kommt die Stripperin denn endlich? Echt jetzt. Nichts geht über sich auf geil mit all deinen Buddy-Freunden. Sie ist hier. Oh, na, es geht los. Hey allerseits. Wer hat Lust zu lachen? Was zur Hölle? Stand-Up-Dad. Hey, Frankie, ich bin hier in der Chestnut. Das ist scheiße. Ich wollte nur mal fragen, bin ich an der richtigen Adresse? Oh, ich seh, was ich gemacht hab. Ich hab dich mit Amber vertauscht. Bitte Applaus für die lustige Komikerin Amber. Hallo! Oh, Mann. Okay, Leute, ich hab schlechte Nachrichten. Niemand weiß, wo Amber ist. Oh, komm schon. Aber ich hab auch eine gute Nachricht. Was? Ich werde euch, Jungs, 15% mehr Comedy geben. Umsonst. Verarschung! Na schön, Leute, kommt schon. Seid mal locker. Seid mal locker. Nicht so lange Gesichter. Macht euch locker. Gib mir die Faust. Gibst du mir die Faust? Abstand, Alter. Ha, nur Spaß. Ich hab was mitgebracht. Hey, habt ihr Angst vor blinde Kuh? Vor blinde Kuh oder Topf schlagen? Dann seht euch das an. Ich hab die neuste Augenbinde. Buh. Ich bin immer noch spitz. Okay, schon gut, schon gut. Da steht ihr nicht drauf. Aber vielleicht habt ihr es auch nicht verstanden. Ich zeig's nochmal. Das hier ist nämlich eine Augenbinde. Augenbinde. Das macht alt. Das ist ein kleines Wortspiel. Ein bisschen um die Ecke gedacht. Ach, was soll's. Wir hätten jetzt eine Runde tanzen sehen können. Ihr steht auf ne Runde tanzen? Ja. Aber warum sagt ihr das nicht gleich? Dup, 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 dup. Das war meine erste Runde. Verpiss dich! Oh, nein. Nicht meine Harry Potter-Requisite. Jetzt brauch ich ne neue Schlussnummer. Einfach so blöd, Mann. Weil, weißt du, ich liebe euch überall. Ja, ich verstehe. Ich stelle mir auch so froh, dass ihr seid so einfach so wunderschön. Iss mich. Wenn du eine Stimme hörst, dann, 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 komm. Äh, das will ich doch. Iss mich, Steve. Ich will dich so wahnsinnig. Nimm mich in deinen Mund. Das werde ich und du wirst es lieben. Ich warte schon den ganzen Tag auf dich. Ich warte auch schon so sehr auf dich. Ich bin so glitschig und nass für dich, Steve. Oh, ja. Ich bin nächsten Dienstag wieder an. Hinaus! Unreiner Geist! Die Macht Christi bezwingt dich! Fink dein Arschloch mit deinem Kaktusschwanzlutsch an! Die Macht Christi bezwingt dich! Die Macht Christi bezwingt dich! Es ist vorbei. Der Dämon wird wandern, bis er ein neues Objekt findet, das er in Besitz nehmen kann. Oh, endlich! Oh, oh, du bist sogar noch schöner als auf deinem Foto. Deine Mutter lutscht Satan-Schwanz. Und so viel lebensechter als in der Beschreibung. Ich muss gleich online gehen und dir eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Aber ja, ich habe das alles nur für dich getan, weil du es wert bist. Ich hoffe, du magst teuren Wein. Victus Misa Est. Hm, ist das Französisch, die Sprache der Liebe? Ich reiß dir bei meiner Zunge den Augeapfel raus und pisse auf dein Herz. Ich fühle mich dir schon ganz nah, als würde ich dich mein ganzes Leben kennen. Fühlst du das auch? Schieb es dir in den Arsch, Flachwichser. Wie oft hast du die Trilogien schon gesehen? Lass mich raten, eine Million Mal? Ich werde es genießen, dich zu töten. Weißt du, meiner Meinung nach, und ich denke, das ist nicht die Norm, aber ich denke, Sith ist der beste Film in der Serie. Weißt du auch warum? Ich beschwöre Satan, den Huren, den Gott der Unterwelt, mir zu helfen, diesen Versager abzuschlagen. Weil er von Liebe handelt. Wird es etwa warm hier drin? Oh Gott, oh Gott, du fühlst dich so gut an, Baby. Ich werde nur versorgen, dass du überwinden, wo der Helle am Morgen wird aufräumen. Boah, ich sag dir, ich werde dafür sorgen, dass du im Schlimmsten zu der Helle schmoren wirst am Schauer. Boah, ich werde dich nie wieder loslassen. Ich werde für immer in dir bleiben. Hilfe! Woher war dein Priester? Ich will raus. Ich will raus. Na endlich, jetzt gibt's Hippo-Müsli. Jetzt geht's los. Verdammte Scheiße. Hallo Trip Tank, hier ist Steve, der nicht sein Müsli ist. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Trip Tank, ich rufe an von der Gesellschaft für Qualitätsfernsehen und ich habe die Ehre, Sie zu informieren, dass Sie den Preis für die mieseste Scheiß-Fernsehsendung des Jahres gewonnen haben. Hey, das ist... Oh Moment, nein, das klingt nicht so gut. Um Ihren Preis abzuholen, kommen Sie einfach zur Bushaltestelle, wo ich und der Rest der Jury Sie mit Stein bewerfen werden. Was für ein Preis ist das denn? Zusätzlich haben Sie mehrere andere Preise gewonnen, den für das schlechteste Drehbuch, schlechteste Regie und schlechteste schauspielerische Leistung. Um diese Preise entgegenzunehmen, kommen Sie einfach zur Bushaltestelle, wo ich und der Rest der Jury Sie erneut mit Stein bewerfen werden. Oh, ich verstehe. Das ist ein Streich. Wie war das bitte? Ach ja. Und bringen Sie ein paar Sandwiches mit zur Bushaltestelle. Und Glückwunsch nochmal. Der Trip-Tag. Zu eurem Preis. Oh ja, weit ist okay, Doc. Du packst das. Du wirst es schaffen. Was schaffen, Karl? Bitte sag mir, du führst keine Strichliste über deinen Stuhlgang. Sei nicht albern. Das ist die da. Ach. Ich dachte, das war die Strichliste dafür, wann du die Toilette geputzt hast. Oh, wow. Da lagst du aber ganz schön daneben. Pass mal auf. Das ist eine Wichsstrichliste von jedem Orgasmus, den ich je hatte. Sag mir, wovon zum Teufel du da redest, Mann? Komm schon. Bei deinem hunderttausendsten Orgasmus erreichst du ein höheres Bewusstsein. Das weiß doch jeder. Niemand weiß das. Weil das Quatsch ist. Also, ich bin bereit. Und du solltest es auch sein. Wie viele Schuss hast du auf Lager? Pass. Keine Ahnung. Wen interessiert das? Meine Libido erfordert einen einzigartigen, sexuellen... Trigger. 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 Trigger? Oh, Trigger. Trigger! Alles klar, schon gut. Du hast einen Trigger. Alter. Komm rein, Gail. Ich hole deinen Kopf. Hey, Anu. Ich weiß. Doof. Ich mache Kindergeburtstage, Prinzessinnen, Meerjungfrauen, Ponys. Ponys? Kleiner Scherz. Ich muss gehen. Okay. Mach's gut. Ja, vielen Dank dafür. Hat mir echt aus der Klemme geholfen. Wozu brauchtest du ihn überhaupt? Überhaupt. Oh Gott. Warum zeigst du mir das? Warte auf das Ende. Das ist der Förder. Pony. Voll ekelhaft. Das stinkt, als ob du in einen Wischmob ejakuliert hast. Mir wird schlecht. Was zur Hölle hast du mit meinem Ponykopf gemacht? Guck doch einfach bis zum Ende, dann weißt du's. Das sieht so gut aus. Oh, verdammte Scheiße. Ich flippe. Bis jetzt. Anu, Anu, mach auf. Es ist ein Notfall. Guck Ratenfilm. Was kotzen, Mann? Mach auf. Warte, Moment. Ich brauche nur noch ein paar Sekunden. Zwinge. Oh Gott. Oh Gott. Abgefahren, was hier so abgeht. Was für ein Scheiß. Wie seid ihr denn drauf? Lass mich raus hier. Ich bin so verdammt stolz auf dich, Mann. Gib mir fünf. Jetzt reicht's. Ich esse die Hippos. Keine Unterbrechungen mehr. Was? Was zur Hölle? Roy, was tust du da? Ich muss unter deinem Tresen wischen, Mann. Das ist voll dreckig da drunter. Hör auf, Alter. Nee, Mann. Nur noch ein Ruck. Hoch damit. Ha, 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 ha. Mann, ich muss sauber machen. Ich komme hier mit Mädels her. Der Pfiffer. Fressmeule. Ich muss auf jeden Fall was essen vor dem Film. Sonst stinken meine Fürze nicht genug, damit sich keiner neben uns setzt. Das ist eine gute Idee. Ich weiß, Bitch. Ich bin voll schlau. Furzabwehrschild. Ich hätte nach Harvard gehen sollen. Ja, ich nehme was von dem Ananas-Pandafleisch und, äh, was von dem Feuerwerk-Panda. Also, ähm, das ist kein richtiges Pandafleisch. Was soll das heißen? Ich will Pandafleisch. Deswegen komme ich zu Mega-Panda. Wenn ich anderes Fleisch will, gehe ich in ein anderes Mega-Tier-Restaurant. Was soll ich sagen? Es ist chinesisch. So mit Hähnchen und Rindfleisch und einem garnelenähnlichen Produkt, das aus der Tube kommt. Ich will Pandafleisch in meinen verfickten Mund! Wenn ich das nicht kriege, ist das irreführende Werbung und ich werde Ihre Fake-Panda-Bude verklagen. Ja, also, um es kurz zu machen. Mega-Panda hat meinen Mund zehn Jahre lang mit Fleischgeschmack-Lügen vergewaltigt. Das ist ein schwerwiegendes Unrecht. Also denken Sie, unsere Klage hätte Erfolg? Ja, die Situation ist ähnlich wie bei einem früheren Fall, wo ich die Sports verklagt habe. Und? Sagen wir nur, Sie haben jetzt Merdicke. Ich bin wieder da, Bitch. Das ist mein Anwalt Roller-Blay-Doh. Rolando. Wie auch immer. So war die Fressmeile, mein Zeuge ist, erstatt ich Strafverzeuge gegen diese Einrichtung, weil sie fälschlicherweise behauptet, Pandafleisch zu verkaufen. Moment mal, das ist kein Pandafleisch? Unverschämtheit! Leute, Pandas sind eine gefährdete Tierart. Es gibt nur noch fünf oder so auf der ganzen Welt. Tut mir leid, das zu sagen, aber sie essen garantiert keine echten Pandas heute. Ähm, hey Leute, seht mal, da vorne ist gerade ein Panda. Du! Komm! In! Meinen! Mund! Ah! 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 Nein, in meinen Mund, du blöder Panda! Ja! Oh mein Gott! Ich bin der Panda! Ich bin der Panda! Hier ist Ihre Rechnung für unsere Anwaltsdienste. Ja! Ah! Ah! Sonntagsspaßtag! Ah, Sonntagsspaßtag! Sonntagsspaßtag! Ah! Sonntagsspaß-Tag, 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 Sonntag-Verfickter-Spaß-Tag, Sonntagsspaß-Tag, Sonntagsspaß-Tag, Sonntagsspaß-Tag. Äh, Sonntag! Spaß-Tag! Entschuldigen Sie mal! Sonntag, Spaß-Tag! Oh, Sonntag, Spaß-Tag! Oh, Spaß-Tag! Es ist Sonntag, Spaß-Tag! Sonntag, Spaß-Tag! Sonntag, Spaß-Tag, Schlampe! Kannst du mir helfen, ein paar Ratten aus dem Luftschacht zu jagen? Du bist der Einzige, dessen Hüften schmal genug sind. Die Katze, die ich da oben reingeworfen habe, ist abgekratzt. Jetzt reicht's! Es reicht! Ich habe genug davon! Ich will einfach nur in Ruhe mein Müsli essen! Entspann dich! Werd' dir denn ins Müsli geschissen? Endlich, meine kleinen Hippos. Jetzt geht's los. Ach, Scheiße. Ah! Sonntag, Spaß-Tag! Ah! Sonntag, Spaß-Tag! Ah! Sonntag, Spaß-Tag!